DUDU POP 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 Hallo, willkommen zurück. Es heißt wieder Daisy Lingue Island. Ich muss wieder frisch anfangen und mal was ganz Neues, es regnet... So, die Zombies sind auch schon gespawnt, das fängt doch wunderbar an, so was machen wir jetzt, der erste kommt schon, du sollst rennen, ok, dann kann ich ja hier durch flitzen, wenn die Zombies schon im Bild sind, und gleich am Blut nun, so muss der Anfang das sein, schnell bandasieren, oh ja, läuft, los, 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 um auch wieder keine Waffe zu finden. Geh weg Zombie, geh weg. Und in die dritte Hütte. Um auch wieder nichts zu finden. Genau so freue ich mich. Über eine DMR. Hammergeil. Hammergeil. Und noch eine Bandage. Perfekt. Oh scheiße. Nein. Lauf. Jetzt könnt ihr mich hier irgendwo hinlegen. Und diese Hütte überwachen. Ausgesetzt ich werde die Zombies los. Ähm. Hier gibt es jetzt auch keine Büsche irgendwie. Oh scheiße. Mal gucken wie ich die Zombies jetzt los werde. Wasap. Wer war das? War der in meiner Nähe oder war das? Ne. Der war nicht in meiner Nähe. Hoffe ich. Ich sehe zumindest keinen. Scheiß Zombie. Verpiss dich. Verroar. T threats. Ihr bettet nicht. Wer rumblödel kriegt kein Loot? So, hoffentlich reicht es jetzt gleich, um den Kackzombie hier loszuwerden. Nein, tut's nicht. Jetzt aber, das ist gut. Zumindest rennt das schon mal nicht mehr. Schauen wir mal, ob wir jetzt ganz rein zufällig einen Spieler sehen. Ich finde nicht mal mehr die Gebäude, von denen wir jetzt gekommen sind. What the fuck? Hä? Ah, da hinten. Lol. Lol. Na, warte ich hier mal. So ein Scheiß hier mit den Dreckszombies. Versuche jetzt hier mal hinter den Stein zu kommen, da habe ich einen besseren Ausblick. Ich kann noch keinen Spieler erkennen. Na ja, der Ausblick hier ist ganz okay. Ich habe hinten was gesehen, das will ich mir mal angucken, was das war. Könnte ein kleines Quad oder so gewesen sein. Scheiße, jetzt ist ein Busch davor, glaube ich. Schauen wir mal. Wildschwein. Wildschwein mit dem Quad verwechselt. Hammergeil. Und dann schauen wir mal, ob hier irgendwo, irgendwie hier Bobbys rumlaufen, die sterben wollen. Schaut nicht so aus. Das ist natürlich kacke, jetzt habe ich schon den Sniper und jetzt kommt hier keiner. So ne kacke hier. Kommt, Spieler, Spieler, Spieler. Putt, 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 komm, komm komm, 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 kommt, schon. Woll, was, what the fuck? Hm. Ja wo sind denn die Spieler? Ja wo sind sie denn? Komm mal mal her, Spieler, komm mal her. Putt, 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 putt. Hm. irgendwie kommt da keiner komm hier ist doch die spawnküste so oft wie wir hier schon angefangen haben muss hier doch irgendwann jetzt ein bobby spawn kleiner nur der sterben will ich habe viel der sie frust angestaut den ich jetzt heraus ballern muss komm schon ach komm schon bitte aber ein mama bitte ein noch das heißt noch wenn man überhaupt gekillt raumann wie öde gar nichts los schauen wir mal in die richtung könnte mich ein wenig von dem quatsch hier befreien wie stanak mehr habe ich gar nicht wo sind die zombies überhaupt hin hier flungen die hier noch irgendwo rum da unten das ist ja überhaupt nicht auffällig dann wenn da unten die zombies warten finde ich ja super dass mein versteck so versteckt ist was diese zombies sollen noch überhaupt keine aufmerksamkeit erregen das zombie kackhäufchen zombie bubu nein es sind steine so ist hier denn jetzt niemand mehr ist was sonst immer was los hallo ich sollte das jetzt nicht zu oft machen wenn doch jemand da ist dass er nicht unbedingt hört wo ich bin ach kommt schon ist es ein frosch nee eine blume dachte mir schon frische wären mir echt neu gewesen nicht mal in der stadt hier ist einer ist so unfair ich werde immer gleich weg geballert und dann habe ich meine sniper und dann ist nirgends einer ach komm schon jetzt beweise ich einmal geduld und dann wird es nicht belohnt und dann wird es nicht belohnt oh man wenn halt da irgendwo zombies bauen würden dann wüsste ich wenigstens jetzt geht es gleich los aber nichts gar nichts kein zombie kein spieler kein blablabla was gilt gar nichts nur zombie kackhäufchen und ich weiß wenn ich jetzt aufstehe und losgehe dann werde ich abgeknallt so ist es doch immer mann oh mann oh mann was mach ich denn jetzt scheißdreck verflödelte flitze kacke die zombies sollen verpissen sich auch nicht und das kommt auch kein schwein hin alter diese diese büsche 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 die schauen immer aus wie ein spieler der auf einen zielt dann suchen wir hin und dann sieht man dass es ein verkackter büsch ist zack 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 oh oh nichts nein nichts brechen fuck 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 ich dachte er bricht sich jetzt was ich tue sich ja gar nichts nur dieses schwule scharf flitze rum zombies grunzen und kein scheiß spieler kommt das ist doch kacke man kacke ich könnte jetzt ja vielleicht beende ich jetzt die aufnahme so lange bis was passiert wäre vielleicht gar nicht so dumm aber wenn ich jetzt wirklich geduldig liegen will das wäre für euch glaube ich langweilig lol verändert sich mein hut wenn ich hier diesen ding drin hab diesen achso das geht hier gar nicht alter Falter das war ich oh jetzt was jemand guau 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 was hä ist jemand bei mir glaube nicht jetzt ist jemand gestorben vielleicht haben wir Glück und der bobby spawnt hier irgendwo so und wenn nicht werde ich halt die aufnahme pausieren bis was passiert hallo spieler hier tut sich nichts also ich bin hier auch recht fix auf den server gekommen das heißt wenn der tote wieder auf respawn gedrückt hat dann müsste jetzt eigentlich schon wieder irgendwo da sein aber aber wie oft bin ich auf diesen busch schon reingefallen aber hier ist niemand wie breit kein schwein wie öde jetzt dachte ich mach ich mal wieder ein bisschen lingo island hier schön für die abwechslung und da passiert nichts i it working oh mein gott meint er vielleicht is it working alter falter jetzt guck ich hier noch einmal durch und wenn ich dann nichts sehe dann beende ich mal die aufnahme so lange bis ich einen spieler sehe die der stadt keine zombies keine spieler keine bewegungen auch nix auch nix alles ausverkauft alle im urlaub und hier ist auch nichts ja nichts noch so ein fake bush schau mal nochmal kurz darüber schau mal nochmal kurz darüber klar ne kuh aber hier ist auch nix nö hier ist auch nix nö hier ist auch nix hier ist auch nix gut dann mach ich mal den cut solange bis was passiert hier ist auch nix hier ist auch nix hier ist auch nix